Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu dem Spiel Diplomacy is not an option hier auf meinem Kanal. In den letzten zwei Parts hatte ich ja das erste Kampagne Level gespielt und heute möchte ich damit fortsetzen. Das letzte Video ist jetzt schon etwas her, deswegen heute dieses Spiel. Ich würde sagen, wir beginnen auch gleich und bauen hier ein paar Häuser und erkunden hier ein bisschen die Gegend. Mal gucken, was es hier gibt. Diesmal sind es sechs Wellen, im letzten waren es glaube ich nur vier oder drei. Ich weiß es schon gar nicht mehr, ist schon echt lange her. Ich hoffe, hier gibt es jetzt mal ein bisschen Nahrung schon mal machen hier. Ja, so. Ja, im letzten, in den letzten zwei Videos hatten wir ja so ein bisschen die Einführung gespielt und ich habe euch das ein bisschen erklärt, wie was das für ein Spiel ist. Diesmal vergesse ich auch nicht zu forschen. Letztens hatte ich glaube ich das komplett vernachlässigt. Bauen wir das gleich mal. Und wer nicht weiß, was das für ein Spiel ist, der kann sich ja das allererste Video mit anschauen. Das werde ich auch mit verlinken. Das werdet ihr ja in der Endcard sehen. Und ja. Na, dann schauen wir hier mal. Ja, die schaffen es schon. Schlitzt sie weg, die Leute. Sehr schön. Hier wird hoffentlich noch weiter gebaut. Ja, sehr fein. Okay. Oh, ganz knapp hat er überlebt. Lol. Er hat so wenig HP, der eine Typ hier. Ich ziehe die jetzt mal zurück. Was war hier? F. Okay. Zurückziehen bitte. Einfach zurückziehen. Und dann hier unten weitermachen. So, ich hätte gern jetzt ein bisschen Holz. Ich habe gar kein Holz gebaut so richtig. Und dann gehen wir fix auf die Steinproduktion. Hier hat man relativ viel Steine. Und dann schauen wir mal, was es hier alles so schönes gibt. Hier mal ein bisschen schneller. Damit es nicht ganz so lang dauert. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das sind auch ganz schön viele. Okay. Vielleicht doch nicht so schnell machen. Nein, hier war es. Fischerhütte, genau. So. Das sind mal zwei. Und dann habe ich noch fünf. Äh, People. Schauen wir mal, ob man hier schon Lager braucht. Brauche ich, denke ich, noch nicht. Ich brauche halt fix diese Steingebäude. Äh, Steinmine meine ich. Steingebäude, ja. Alles klar. Machen wir es so. Und dann F. Und dann Alter, das sind aber... Warum sind denn die jetzt schon so stark hier? Die Leutzen. Okay. Braucht erst mal noch nichts, oder? Ich brauche mehr Bogenschützen auf jeden Fall. Mal zurückziehen. Komm schon. Sehr gut. Tacke. Ja, ich will die halt nicht ungern, äh, killen lassen. Sonst brauche ich hier wieder den Totengräber und diesen Friedhof. Auf... Hier, da. Und das... Titel, Leute, habe ich gerade nicht. Und Nahrung sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Da brauche ich erst mal nichts. Da könnte ich auch hier so einen Kornspalkel bauen, aber ich brauche halt echt diese Steinwienen. Vielleicht hier so, oder dann hier so zwei bauen. Nacht kann man mal ein bisschen überspringen. Okay, da werde ich angegriffen. Doppelte Geschwindigkeit, das reicht, denke ich, erst mal. Sehr schön. Und jetzt kann ich hier Steinwienen. Dann bauen wir hier eine hin. Hat es jetzt? Ja. Und dann noch hier eine hin. Und... Das war's, denke ich, oder? Ja. Aber ich könnte vielleicht noch eine Steinwiene bauen. Vielleicht hier so hin. Wenn wir das hier aufgedeckt haben. Ja, jetzt. Und dann baue ich hier ein Lager hin. Damit die nicht so weit latschen müssen. Die Leute sind. Dann eine Kaserne, bitte gleich mal. Cool. Gerade perfekt. Am fünften Tag kommt die erste Welle von den Typen. Da gucke ich dann mal, in welche Richtung. Oder von welcher Richtung. Und... Ja. Dann schauen wir mal, wie wir hier zubauen. Ich denke, ich baue dann auch hier einen hin. Und... hier so einen. Ich meine, aus der Richtung können die zwar auch kommen, aber das ist jetzt nicht ganz so wild. Ich habe hier echt viel Stein hier oben. Das ist relativ gut. Ja, hier sieht man es auch schon. Und ich brauche ja extrem mehr Truppen. Oh ja, oh ja, oh ja. Das sind echt viele. Abend, rennt. Oha. Aber das müssen die, denke ich, noch schaffen, oder? Ich beschwere mal sicherheitshalber die schwarzen Ritter hier. So, da. Okay. Dann würde ich sagen, ich baue hier so zu. So. Da haben wir erstmal schon ein bisschen Schutz, weil hier ist ja alles... alles Dichte. Und 100 brauche ich davon. 100 Steine und 100... Oder? 150 Holz. Okay. Gut. Oh, mein Bevölkerungslimit ist schon wieder erreicht. Mache ich das hier mal weg. Und baue das mal hier weiter drüben hin. Hier brauche ich auch wahrscheinlich... Die kann ich mal noch ein bisschen verwenden, um hier ein bisschen aufzuräumen. Die brauche ich ja, denke ich, nicht zu begraben. Hoffe ich zumindest. Baue ich hier noch so ein Lager hin. Gut, jetzt habe ich gerade... 25 Holz, kosten die. Ich mache hier noch zwei von denen. Und dann auf jeden Fall wieder... Annäherung meiner feindlichen Vorhaut und wenn dieser werden... Okay. von da drüben. Das heißt, die würden wahrscheinlich dann hier so kommen. Oder hier so. Ja, keine Ahnung. Die schlitzen die hier schon ganz gut weg. Das ist gut. Jetzt müssen sie es aber gleich hinter sich gebracht haben. Die Obelisken waren... da. Okay. Wo? Genau. Okay, da unten. Okay. Ja, dann baue ich hier mal fix zu. Und baue hier ein Tor rein. Ähm, reparieren bitte. Und dann machen wir hier die 15 Steine, ja. Aber jetzt habe ich gerade wieder mein ganzes Holz ausgegeben. Das ist nicht so... schlau gewesen. Oh ja. Schlau gewesen. Hier drüben schaue wir da. Diese Saftsäcke. Okay. Okay. Ich brauche mehr... Davon. Ich brauche mehr davon. Ernsthaft? Einer war das jetzt? Okay. Hier runter gehen bitte. Dann... Ich brauche hier mal fix noch einen. Komm schon. Ja, ich kümmere mich schon. Um die. So. Jetzt hier. Jetzt habe ich leider gar keine... Mauer hier hochgezogen. Aber egal. Das müssen... Ach, Mensch. Diese... Leute. Das nervt ein bisschen. Da oben noch. Oha. Oha. Okay. Hier mal alle auf die... Mauern drauf. Außer hier. Machen wir mal ein bisschen größer den Radius. Ja, aber ich denke, das müsste ich noch hinkriegen. Easy. Konklinik. Okay. Den mal weg... Ziehen... Oder abziehen. Ja, das... Ich kriege die noch ganz gut gemeistert hier. Ja. Okay. Dann geht mal hier hin. Ihr bleibt mal hier oben. Da habe ich so ein bisschen Schutz vor denen. Und ja. Schauen wir mal. Gucken wir hier das wieder zu. Muss da jetzt hier durchrammeln, der Typ. Typ. Okay, ich brauche unbedingt mehr Holz. Dann würde ich hier endlich mal dieses... Rathaus upgraden kann. Ich glaube, das schaffen die nicht mehr so wirklich. Ich stelle ich die mal dorthin. Ja, noch ein paar Wegschnitzeln. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Auch wenn wir jetzt gleich... Die spawnen, aber... Egal. Hauptsache, die schnetzeln da noch ein bisschen rein. Ja. Halb so wild. Ich könnte vielleicht hier hoch gehen oder so. Aber ich brauche halt einfach die Armbrüste schützen. Die knallen halt richtig rein. Wo ist denn noch eine? Lass ich die mal da drauf stehen. Und dann vielleicht noch ein paar... Steinminen. Schauen wir mal. Ja. Bisschen schnappen wir hier. Sehr schön. Die Armee ist gerade besiegt haben. Bestand aus Grundreuren bauen, die vor meiner Gerichtigkeit fliehen. Aha. Ja, genau. Ist klar. So, dann hier noch ein Sägewerk bitte hin. Und dann... Sparen wir erst mal, bis wir 150 Holz haben. Damit es hier ein bisschen... Ja, wir sparen erst mal. Sind ja nicht mehr viele. Damit es hier noch ein bisschen schneller geht mit den Holz. Die... Beschützen das, die das, die das. Okay, also haben wir sozusagen drei... drei Fronten, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich clearen müsste, damit die Holzfäller hier... Ja. Das ist sehr gut. Damit die Holzfäller hier ordentlich arbeiten können. Und wir können upgraden. Sehr schön. Dann wird er einmal upgraden. Den... Der Gerät. Und dann bauen wir hier so einen Obelisken, damit wir wieder diesen... Astralstrahl kriegen. Dann würde ich sagen, baue ich hier noch so einen Turm hin. Schauen wir mal, wo die nächste Welle hingeht. Oder ankommt. Scharfschütze, kann man machen. Da haben wir genug Stein. Dann ist es auch hier wieder ein bisschen aufgebraucht. So... Dann machen wir, denke ich, hier noch irgendwo eine Steinmine hin. Ach, weil das davor steht, ernsthaft? Ne, doch nicht. Ich dachte jetzt schon. Sehr schön. So, und das Erste, was wir upgraden, ist das... Ähm... Diese Kaserne hier, damit wir halt die... Armbrustschützen bekommen. Und dann sofort die... Okay. Können wir hier mal ein bisschen schneller machen. Okay, jetzt machen meine... Bogenschützen ein bisschen mehr Schaden. Und wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Häuser. Machen wir hier so einen... Brunnen hin, oder was ist das? Ja, Stadtbrunnen. Da kriege ich jeweils zwei mehr... Bevölkerung aus den Häusern raus. Und das... Dann baue ich das hier so drumrum. Was, denke ich, ganz gut sein kann. Ich sollte vielleicht dann auch ein bisschen auf meine Nahrung achten, damit es nicht ganz so in den Keller rutscht. Sonst verhungern wir die Leute. Und jetzt greifen die von oben an. Okay. Gut. Das heißt, wir schicken hier schon mal alles nach oben. Die hier vor allem. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kriege ich auch meine erste Eisenmine schon hingebaut. Hier so. Fünf. Okay, das ist doof. Das ist schon mal sehr gut hier. Damit ich die Eisenmine kriege. Und dann würde ich hier die auflösen. Und... Fünfzehn. Okay, okay. Eisen. Heiler. Heiler könnte ich theoretisch auch machen. Die brauchen, ja... Nur Holz und ein bisschen Nahrung. Das ist nicht ganz so wild. Dann auf jeden Fall den hier upgraden. Damit ich mehr bauen kann. Und dann baue ich, denke ich, hier noch ein paar Steinminen. So, die haben hier alle noch gut Holz. Ja, das geht schon. Das geht auch noch. Das passt schon, denke ich. So, die Leute kommen jetzt hier angewatschelt und wollen mir jetzt an mein Leib... Ich habe hier jetzt noch ein paar Truppen und schon ein paar die ersten Armbrustschützen ausgebildet. Damit es hier nicht in die Hose geht. Hoffen wir mal das Beste, dass das nicht ganz so viele sind. Ja, das sieht schon... Okay, aus. Du gehst mal wieder hier hin und killst mal den Typ. Würde ich sagen, wir bauen hier noch eine Eisenmine. Und dann noch eine Steinmine. Schauen wir mal. Ich würde einfach hier noch ein... ...ein Holzfaller hinsetzen und dann da noch ein... Okay, die laufen hier ganz gut auf die Breitseite, damit alle schön schießen können. Das ist ganz... Oh, oh, hier ist so ein schwerer Heini. Okay. Die müssen das aber eigentlich ganz gut hier wegklappen. Ich schieße mal wieder auf diesen... ...dicken Heini. Ja, aber das schaffen die schon. Okay, sehr gut. Sehr schön gemacht. Okay, dann gehen die schon mal dort runter. Und dann würde ich hier schon mal die ersten Sachen clearn. Wir machen hier noch eine... So ein Mist. Habe ich wieder nicht genug. Häuser. Bauerweiter. Ja, bauerweiter, halt ich. Und dann Häuser schon. Und das hier auch upgraden. So. Damit ich noch ein... ...bisschen mehr... ...dem wieder erstmal wegknallen. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Danke. So, perfekt. Danke. Perfekt. 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 Könnte theoretisch auch die... vorhandenen... verbessern. Ach, Mensch. Dann gehst du hier runter. Bleibt einer hier. Und einer geht dahin. Genau. So, der läuft dorthin, der läuft dorthin. Das ist sehr schön. Ja, weiß ich doch. Und hier machen wir ein Lager hin für das Holz. Und dann sehe ich, dass meine Nahrung wieder abkackt. Ja, es fehlt gerade ein bisschen an Holz. Deswegen hoffe ich, dass sie hier schnell das Zeug jetzt hier aufbauen. Bauen wir hier noch drei Stück. Ja, die Armbrustschützen hauen schon richtig rein. Schnelles Nachladen. Ja, also die Armbrustschützen sind schon echt Gold wert. Und dann bauen wir, denke ich, hier mal einen Turm. Oder wir sparen erst mal ein Stück auf dem Lager, damit wir die hier nicht so weit schleppen müssen. Den ganzen Fertz. Oha, nicht sterben. Ja, die Nahkampfer, Kämpfer, Nahkampfer, ja. Nahkämpfer rein schicken, damit die hier ein bisschen, ja. Ich denke dann. Nehme ich mal einen und stelle ihn hier drauf. Zwei Heiler noch mitnehmen. Wir haben eigentlich relativ gut Stein. Deswegen upgrade ich mal fix die ganzen Sachen. Und dann brauchen wir, denke ich, hier mal ein Tor. Und wir gleich ein Stein Tor hier rein. Wenn wir hier mal noch ein Holz kriegen würden. Wenn wir hier mal noch ein Holz kriegen würden. Hallo? Gib dir mal bitte mal ein Holz. Ja, gut. Äh, was wollte ich jetzt machen? Ach, ein Tor rein bauen. So. Also ihr seht schon, die Mission ist schon ein bisschen anders als die letzte. Auf jeden Fall bräuchte ich hier so ein paar Kristalle, damit ich diese, ähm, Astral, ähm, Astral, Strahl machen kann. Ich suche die ganze Zeit. Ich suche die ganze Zeit. Ingenieurs. Gilde. Brauche ich 100 Holz. Okay. Dann räumen wir hier mal den ganzen Fertz weg. Die machen die eh alle mit One-Head-Tot. Ab der, wenn man zwölften, ab zwölften Tag kommt dann wieder. Bauche ich hier mal in, so ein, ähm, Bauernhof. Oh, da sind ein paar Leute gestorben. Oh, 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 oh. Das ist natürlich nicht so gut hier. Zurückziehen bitte. Da war ein Katapult, ein Feindlicher mit dabei. Das war jetzt nicht so... Geil. Da haben wir zwei Leute verloren. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so wild. Weil die halt so weit außen liegen. Schauen wir mal, ob das jetzt Auswirkungen hat oder nicht. Ne, wir bauen jetzt erstmal die Ingenieurs-Gilde. Vielleicht hier so hin irgendwo. Und dann noch einen Bauernhof. Damit ich mehr Nahrung bekomme. Ob der hierhin passt. Ne, ich glaube nicht. Ich baue den lieber hier hin. So. So. Haben wir ganz gut die Typen hier gecleared. In dem Bereich. Was ganz cool ist. Was ganz cool ist. Oh, ha. Okay. Zurückziehen. Nein. Nein, bitte sterbe nicht. Ist er tot? Nein, ist er nicht. Gut. Okay. Gut. Das ist schon mal gut verlaufen. Hm. Was brauche ich denn hier für. Oh. Ich brauche den Markt. Ich brauche den Marktplatz. Okay. Wir haben den Marktplatz. Den hatte ich noch nie in einem Part gezeigt. Ich baue ihn jetzt einfach mal hier hoch. Die gehen jetzt mal hier runter. Gucken wir mal, dass wir die hier unten ein bisschen weg klatschen. Oder ich ersetze die hier mal fix. Hallo. Ja. Achso. Hier. Ja. Zu. 1, 2, 3, 4. Ja. 5. Machen wir mal. Das ist eigentlich eine ganz gute Menge. Dann bauen wir hier noch ein Säge. Ach du Scheiße. Das sind hier aber auch überall Massen an Gegner. Achso. Da brauche ich einen. Achso. Das ist schon. Ach. Das ist schon Level 2. Achso. Ja gut. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Dann machen wir hier noch einen. Aber das können wir upgraden. Die kommt von unten. Okay. Ist auch in Ordnung. Schießt du mal auf den? So. Der hat. Okay. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Und dann werden wir hier unten ein bisschen die Stellungen verstärken. machen. Ich könnte das eigentlich alles hier mal auf. Auf. Stein hoch machen. Oha. 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 Nein. Ihr killt den mir jetzt nicht. Oha. 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 Nein. Oha. 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 Ah. Die müssen jetzt gleich alle fallen. Sehr schön. okay ich habe eigentlich denke ich ganz gut truppen das musste hier braucht jemand nein falsch sehr schön man also die gehen wir hier echt auf den nerven ich brauche mehr platz die leute hier gehen wir ein bisschen sehr auf der auf den sack können ich aber hier mal vielleicht ja gut da brauche ich ein paar ach so weil die typen hier hinlaufen ja gut und wenn ich hier einfach die stehen lassen da und den rest hier einfach darauf schickt ich hoffe die mensch kommt her so gucken wir mal hier wir müssen anfangen mit handeln damit wir so dann können wir hier nämlich anfangen mit handeln zwar schickt man hier 50 ich will bitte münzen haben sechs stück brauche ich handel